Die Phoenix 8 bringt umfangreiche Navigationsfunktionen mit. Alles was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Grundsätzlich kann man schon mal sagen, dass die Phoenix 8 mit einem neuen Navigationsinterface daherkommt. Die Navigationsfunktionen sind somit nur noch über den Umweg über die Aktivität aufrufbar. Ich persönlich finde das etwas schade, da ein direktes Aufrufen der Navigationsfunktionen für mich immer der einfachere Weg war. Zudem sei vorab gesagt, dass die Phoenix 8 über vorinstallierte Offline-Karten verfügt. Diese sind separat über den Kartenmanager aufrufbar. Offline-Skikarten sind übrigens auch auf der Uhr verfügbar. Die Phoenix 8 nutzt fortschrittliche Satellitensysteme, um eine präzise Ortung und Navigation zu ermöglichen. Sie unterstützt mehrere globale Satellitensysteme, darunter GPS, GLONASS, GALILEO, BAIDU und QZSS. Die Vielfalt an Satellitensystemen verbessert die Genauigkeit der Positionsbestimmung, vor allem in Gebieten mit schlechter Sicht zu den Satelliten, wie in dichten Wäldern oder urbanen Umgebungen mit hohen Gebäuden. Zusätzlich bietet die Phoenix 8 auch Multifrequenz-GPS. Diese Technologie nutzt mehrere Frequenzen innerhalb der verschiedenen Satellitensysteme, um noch genauere Ortungsdaten zu liefern. Mit Multifrequenz-GPS ist die Uhr in der Lage, auf mehr als nur eine Frequenz der Satellitensysteme zurückzugreifen. Auch das kann die Genauigkeit der Ortung verbessern. Dazu kommt, dass die Phoenix 8 auch über die SAT-IQ-Funktion verfügt. Diese intelligente Funktion optimiert den Satellitenempfang automatisch, indem sie die notwendige Leistung der Satellitensysteme anpasst, ohne den Akku übermäßig zu belasten. SAT-IQ sorgt dafür, dass die Uhr je nach Umgebung, z.B. freies Gelände oder dichte Bebauung, zwischen Einzelfrequenz und Multiband-GPS wechselt, um die bestmögliche Balance zwischen Genauigkeit und Energieeffizienz zu erreichen. Nochmal kurz zusammengefasst. Die Phoenix 8 kann auf fünf verschiedene Satellitensysteme zugreifen und wahlweise auch auf zwei verschiedene Frequenzen Signale empfangen. Da das Ganze aber den Akku beansprucht, stellt Garmin mit der SAT-IQ-Funktion sicher, dass Multifrequenz nur angeschaltet wird, sofern es aufgrund der Örtlichkeit notwendig ist. Zudem verfügt die Uhr über einen Dreiachsenkompass, der auch bei Stillstand die Himmelsrichtung genau anzeigt. Auch ein Gyroskop ist mit an Bord. Dieses hilft dabei, Bewegungen präzise zu erkennen und unterstützt die Navigationsfunktion, insbesondere beim Tracken von Richtungsänderungen oder dynamischen Bewegungen wie beim Laufen oder Radfahren. Wie bei den vorherigen Phoenix-Modellen könnt ihr natürlich nach wie vor ganz klassisch Routen in Form von GPX-Dateien auf die Uhr laden. Ihr könnt dabei eine Route über Garmin Connect oder Garmin Explore erstellen oder auch Strecken von Drittanbietern wie zum Beispiel Komoot nutzen. Ihr könnt dann, wenn ihr die Aktivität anklickt, auf Navigieren klicken und dort die geplante Strecke aufrufen. Die Phoenix 8 kann aber auch ohne Vorarbeit eigenständig Routen berechnen und euch dann mit Hilfe von Abbiegehinweisen zum Ziel führen. Dazu bietet die Phoenix 8 unterschiedliche Möglichkeiten. Zum Ersten gibt es hier das Dynamische Roundtrip Routing. Dynamisches Roundtrip Routing bei Garmin bezeichnet eine Funktion, bei der das Gerät oder die Software automatisch eine Rundstrecke für dich erstellt, basierend auf bestimmten Parametern wie der gewünschten Distanz, Aktivitätsart und der aktuellen Position. Das Besondere daran ist, dass die Route dynamisch, also in Echtzeit, erstellt wird und so angepasst wird, dass du zum Ausgangspunkt zurückkommst, ohne die gleiche Strecke doppelt zu laufen oder zu fahren. Die Uhr gibt dabei immer bis zu drei verschiedene Rundwegoptionen an, aus denen du wählen kannst. Teilweise dauerte die Routenberechnung in meinem Test etwas lang. Solltet ihr von dem von der Uhr geplanten Rundweg abweichen, so ist die Software in der Lage, eigenständig eine Neuberechnung der Route durchzuführen, sodass ihr trotzdem wieder an den Ursprungsort zurücknavigiert werdet. Das hat den Vorteil, dass ihr nicht an den geplanten Rundweg gebunden seid, sondern nach Lust und Laune spontan auf die Route Einfluss nehmen könnt und die Software darauf spontan reagiert und euch trotzdem an den Ausgangspunkt bringt. Eine weitere Möglichkeit der Routenplanung bieten die Funktionen Around Me und Points of Interest. Die Funktion Around Me zeigt dir basierend auf deiner aktuellen Position, Orte und interessante Punkte in deiner Nähe auf der Karte an. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn du dich in einer unbekannten Umgebung befindest und schnell Informationen zu wichtigen Orten wie Restaurants, Tankstellen, Sehenswürdigkeiten oder anderen Einrichtungen erhalten möchtest. Es ist im Wesentlichen eine Echtzeitsuchfunktion, die dir auf einen Blick die wichtigsten Punkte in deiner Umgebung liefert. Abgerundet wird diese Funktion mit den Points of Interest. Die Points of Interest Funktion erweitert die Navigationsmöglichkeiten, indem sie eine umfassende Liste von vordefinierten und kategorisierten Orten bereitstellt, die in den Karten der Phoenix 8 integriert sind. Diese Points of Interest umfassen häufige Ziele wie Restaurants, Tankstellen, Unterkünfte, Sehenswürdigkeiten oder Geschäfte. Während einer Route oder Aktivität kannst du nach diesen Points of Interest suchen und sie als Navigationsziele hinzufügen. Dies ist besonders nützlich, wenn du während einer Wanderung oder Fahrradtour nach einem bestimmten Service oder einem bereits bekannten Ort in deiner Nähe suchst. Es ist auch möglich, ein Ziel direkt über die Karte anzusteuern. Die Phoenix berechnet dann eine Route direkt zum angewählten Punkt. Auch im Vorfeld gespeicherte Orte könnt ihr natürlich jederzeit als Ziel wählen. Speichern könnt ihr Orte jederzeit über das Menü oder auch während einer Aktivität. Ihr könnt auch jederzeit direkt Koordinaten in die Uhr eingeben. Die passenden Koordinaten eines Ortes könnt ihr beispielsweise über Google Maps finden. Dazu könnt ihr euch einen Punkt heraussuchen und dann in der Webversion mit Rechtsklick die passenden Koordinaten anzeigen lassen. Auch auf dem Smartphone lassen sich mithilfe der App die gewünschten Koordinaten herausfinden. Alternativ könnt ihr Koordinaten auch direkt über die Uhr anzeigen lassen. Auch die Trackback-Funktion ist wieder mit an Bord. Die Trackback-Funktion von Garmin ist eine praktische Navigationsfunktion, die auf vielen Garmin GPS-Geräten verfügbar ist. Sie ermöglicht es dem Benutzer, zu seinem Ausgangspunkt zurückzukehren, indem das Gerät die bereits zurückgelegte Route umgekehrt anzeigt. Dies ist besonders nützlich bei Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Laufen oder Radfahren, wenn du auf dem Rückweg dieselbe Route verwenden möchtest. Zudem gibt es die Möglichkeit, ein Abonnement bei Outdoor Maps Plus abzuschließen. Outdoor Maps Plus bietet dir als Abonnent eine Vielzahl an erweiterten Funktionen, die dir bei deinen Outdoor-Abenteuern von großem Nutzen sein können. Von detaillierten topografischen Karten und hochauflösenden Satellitenbildern bis hin zu Kartenaktualisierung und Wetterinformationen bietet dieser Dienst alles, was du für eine sichere und präzise Navigation in der Natur benötigst. Besonders für Outdoor-Enthusiasten, die in unbekanntem oder anspruchvollem Gelände unterwegs sind, ist Outdoor Maps Plus ein wertvolles Tool, das die Standardkarten von Garmin deutlich erweitert. Schauen wir uns zuletzt nochmal die wichtigsten Einstellungsoptionen bezüglich der Navigation an. Diese könnt ihr über die Aktivität aufrufen. Klickt ihr dann auf Aktivitätsoptionen, könnt ihr zum Beispiel Einstellungen in den Karten-Ebenen und in den Routing-Optionen vornehmen. Hier könnt ihr einstellen, welche Details eure Karte anzeigen soll. Zudem könnt ihr Routing nach Beliebtheit anwählen. Diese Funktion nutzt gesammelte Daten von Millionen von Garmin-Nutzern, um dir die am häufigsten genutzten und bevorzugten Routen vorzuschlagen. Dadurch kannst du populäre und bewährte, häufig genutzte Wege durch die Uhr berechnen lassen. Zusätzlich lässt sich auch die Berechnungsmethode der Route einstellen. Hier kann man priorisieren, ob die Uhr zum Beispiel die Distanz oder die Höhenmeter minimal halten soll. Je nach Aktivität kann die Anpassung dieser Einstellungen sinnvoll sein. Es kann zusätzlich auch eingestellt werden, welche Straßenarten oder Verkehrsmittel bei der Routenberechnung komplett vermieden werden sollen.